schade also laut meinem OBS sind wir halt gerade live und es ist gar nichts los was bist du denn also bei mir ist das stream halt live ich weiß nicht warum ihr sagt er wäre rip f5 schreiben sie im chat jetzt ist er bald wieder weg nun danke vodafone ist doch immer gruselig mit vodafone so wir machen weiter oh du kannst du nicht x drücken um infos zu bekommen den text auf deutsch oh ne ok die salem hexenverbrennung ich sag nur little hope ne die fortsetzung ja stimmt ups ich sollte nichts verreiben in meinem gesicht nein ja pardon pardon vielleicht sagt uns das einfach wenn wir uns verstecken müssen dann sollten wir in dieser zweiten kabine uns verstecken wo wir das bild gesehen haben hm das könnte sein nein bitte diese verzögerung es geht mir so auf den senkel ja das liegt übrigens nicht an der technik oder so die steuerung ist leider so verzögert bei until dawn war es auch so nicht augen reiben und auch nicht weinen marco jasmina ballerina hallöchen herzlichen willkommen das ist das wrack wracko bildlines vom wrack her das sieht voll cool aus voll interessant aber bestimmt könnte man da drauf irgendwas schon erkennen nun ich wüsste nicht mal ob wenn es jetzt loopt würde ich das nicht mitbekommen es sieht halt aus als wäre der in irgendeine ruine reingekracht mhm you see ja ich glaube jetzt loopt es ja ok wir haben alle bilder gesehen äh konnten darauf abgesehen davon jetzt nichts bestimmen nö 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 das ist halt wie eine ruine aussieht wo es reingekracht ist ja ja das meinte ich abgesehen davon ich zurück jetzt springt ja gleich einer vors fernrohr wie bei until dawn boah das wär so gemein das war so ein fieser jumpscare ok kann ich zoomen so ein gemeiner jumpscare ja das ist der fundort markiert denke ich ich dachte das macht ein x wie willst du dein x aufs wasser tun formt aus schwimmen formt aus schwimmen ja man kann ich immer wieder zum irgendwas sehen oh nein cthulhu kommt auf uns zu hm äh gute nacht lisa gute nacht lisa nö ich glaube ich find da nix mehr was mit ganz leichter durchsichtigkeit ein anderes fenster im stream sichtbar hä hä auf keinen fall also ausgeschlossen ich hab hier nur die capture card drin ok also das ist das kreislaufgerät viel cooler als normale atemgeräte das ding nimmt all das co2 das du sonst ins wasser bläst und bereitet es wieder auf und verringert im auftauch die dekompressionszeit echt klasse ok o2 check fertig wow 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 immer mit der ruhe check erstmal dein o2 danke für deine hilfe oh hey leute has gott warum schreist du so hatte ich fast vergessen auf der tauchkamera habe ich dieses riesen was muss ich muss ich es irgendwie bestätigen wenn wir dieses ding mit dem loch haben wo ich rein zielen muss ja das ist r2 genau ok benehm dich corny benehm dich corny ich weiß nicht was das ist ne waffe das habe ich schon gehört was ist der bankstick also der bankstick die bankstick ja du bist heute margot und ich habe den bankstick ja Oh, wir werden das nicht alles heute durchspielen. Hallo, Xavina. Herzlich willkommen. Uff, heie. Heie, nein. Die sterben jetzt schon gleich. Hey, ein Souvenir wäre cool. Ein klitzekleines Etwas tut doch bestimmt niemandem weh. Das bleibt unser Geheimnis. Das Wrack wird ja auch nicht täglich überprüft. Da. Diese Form. Das muss es sein. Oh, das ist ja viel größer, als ich dachte. Das wird füße. Ziemlich unbeschädigt. Das ist ein sensationeller Fund. Gut, suchen wir nach einem Weg ins Innere. Ich bin doch immer noch dran, ja. Danke. Ach, mit Fliss jetzt wahrscheinlich. Ich bin doch gar nicht. Hey da, Käpt'n. Kleines Bier mit dem ersten Offizier. Du bist nicht mein erster Offizier. Zweiter Offizier. Nein. Alles fit, Schiffsjunge? Immer noch nein. Dein spendabler, gutaussehender Kunde bittet darum, ein goldenes, kühles Gebräu mit dir genießen zu dürfen. Klar. Warum nicht? Ich frage mich immer, was Marco dazu darüber denkt, wie über die Entscheidungen. Tja. Ja. Nettes Boot hast du. Wie bezahlt man sowas? Ist das ein Spiel oder ein Film? Ein interaktiver Film eigentlich. Ich kaufe mir nur bald selbst ein Boot und dachte, du hast vielleicht Tipps für mich. Es wäre mir eine Freude, dich um dein Geld zu erleichtern. Lohn, was passiert? Weißt du was? Ich sorge lieber dafür, dass die Duke of Milan nicht auseinanderfällt. Ei, ei. Dinge tun? Runter kann ich nicht? Doch. Oh je. Das sieht gemütlich aus. Kriege ich wohl eher noch was? Also, kriegt sie was? Na okay, sie kann nur das Bild dämlich anstarren. Ich mag sie. Aber ja, die Steuerung ist ein bisschen kürzer. Ja. Warte, da war was. Also, sie kann sich die Sachen auch nochmal angucken. Wenn man sich dieselben Sachen nochmal angucken kann, ist das teilweise ein bisschen doof gemacht. Oder war gut. Es spricht nicht dagegen, das zu können. Stimmt. Wie läuft's? Umgehauen von einem Bier. Mann, ich bin eine Lusche. Ja, das bist du. Lusko. Hey, du bist im Urlaub. Übertreiben gehört dazu. Ich gründe jetzt den Club der Zurückhaltung. Bin schon Mitglied. Lebens. Hoffentlich amüsieren sich die Turteltauben da unten. Was weißt du über dieses Wrack? Gerüchte. Und Theorien. Ich hatte die Spekulationen satt und wollte sehen, ob hier wirklich etwas ist. Ich hatte die Spekulationen satt. Keine Spekulationen mehr. Und das Interesse an Geschichte? In der Schule davon gelesen. Und dann habe ich gehört, mein Opa war in der Navy und hat jede Menge Orden. Ich wollte wissen, was er alles so erlebt hat. So hat's angefangen. Hoffentlich respektieren sie den Ort. Menschen starben hier. Sie verstehen die Regeln. Ganz sicher. Aber ich weiß nicht, wie das mit Julia geht. Bis zum nächsten Mal. Julia hat Alex um den kleinen Finger gewickelt. Ich muss wieder rauf. Dann bis später. Was war das für eine Reaktion? Sie hat sich gerade eine Kante hochgezogen. Sie ist einfach Lara und hat sich eine Kante hochgezogen. So hat wirklich aus. Müsste sich übergeben. Sagst du vielleicht was anderes zu den Sachen? Das ist kein normales Wrack. Hoffentlich kriege ich deswegen keinen Ärger. Das sieht halt echt aus wie so eine Flugzeugabsturzstelle, wo Lara sich rumtreibt mit den ganzen Ruinen da draußen rum. Nun, die läuft auch auf Seife, oder? Guckt euch mal die Fußbewegungen an. Duke an Alex. Duke an Julia. Hm. Nun. Ja, Spaß oder was? Was will mir die Musik sagen? Das hier spielt gerade Jenny. Das, wir spielen halt unterschiedliche Charaktere. Das steht aber auch immer auf dem Bildschirm, wenn es wechselt. Was will mir die Musik gerade sagen? Hm. Hm. Genau, die sind unter Wasser, Alex und Julia. Gute Nacht, Jessie. Ich hab da jetzt nichts gesehen. Ich hätte dich was sehen müssen. Ich weiß es nicht. Wetter ist gut. Hm. Die Wolken gefallen mir gar nicht. Ja, wurde ziemlich neblig am Horizont. Oh oh. Hätte ich die sehen sollen? Och ne. Oh oh. Was wollen sie? Kein Boot der Küstenwache. Wir gehen nicht in den Knast. Was machen wir jetzt? Das ist... komisch. Sei einfach still und sag nichts Dummes, okay? The fuck? Nicht so nah ran, Leute. Wir haben Taucher im Wasser. Hätte ich vielleicht uns sagen sollen. Ich weiß es nicht. Absicht um den, oder? Hey, das Boot ist kaputt, siehst du? Unser Boot! Das regeln wir schon, Mann. Ist kein Problem. Was meinst du, würden, äh, zehn Mäuse reichen? Mein Fehler, sagen wir 20. Was soll der Scheiß? Was bist du für ein Arsch, Marco? Meinst du doch, er 30? Krieg ich noch hin? Okay, Jungs, ihr könnt echt gut falschen. Schön gut, hier. Nehmt einfach den ganzen Pott. Marco. Tut mir leid. Ey. Also ich hätte Angst, dass das Piraten sind. Ich hätte Angst, bitteschön, margot. margot ist dann... das spielt die gute julia. ich will mir kurz sagen, wie passend ich mein getränk gewählt habe. pacific punch. im schrittkern. oh, ich bin froh, dass ich nicht tauchen muss. ich halte mir das herz. das herz. julia, stopp. dann hast du nur ohne tauggerät rein. zu riskant. das rohr ist ziemlich eng. wenn du ohne kreislaufgerät stecken bleibst. ist vielleicht zu gefährlich. da will ich nicht rein. jetzt muss marco ein torpedo, ein hammer und ein propeller finden. oh ne, nicht dieses indie raid. mein gott. mein gott. er hält was fest? ich habe nichts gehört. ich auch nicht. ne, 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 ne. okay. wieso hält der immer noch seine waffe? ich hätte mich fast voll gewinkelt warum kommt das kein heise an pilot und co pilot kein zweifel flugzeugabsturz echt kein schönes ende langsam das zeug liegt schon ewig hier unten warum sollte ich steuern das kriegt doch nichts gut fairerweise das spiel hat mich jetzt nicht dazu gezwungen da zu steuern ich habe ja aus irgendeinem grund die entscheidung getroffen ich möchte doch noch mal zurück in den raum vielleicht war da noch was psycho nein dahin bitte bitte weiter dahin ach da ist nichts mehr okay sie mal im bombengestell hängen rettungsboote doch nicht normal oder eins von den rettungsbooten fehlt ob sie es benutzt haben mal sehen was es sonst noch gibt naja die sache ist halt warum sollten die die nicht zur flucht benutzt haben die schrift zurück oh entschuldigung ist ja nicht schon wieder genervt von orientier was nein jene stirbt nur wegen der kagmoräne und ich bin umso froh dass ich die stelle gerade nicht spielen musste einschlusslöcher der ganze rumpf durchsiegt brad flippt noch aus wenn er das sieht ist ja dann gibt es da halt immer noch diese obere scheiße ich werde es riskieren hoffen dass ich nicht steck fesse sehr gefa- fast auf quicktimes ja 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 oh ja ja und das war's eine chance kapiert warum nicht einfach dankbar sein gut dass du okay bist mach das nicht doch mal bitte ist nicht gut für mein herz durchsucht das gebiet 1 sauber 2 sauber 3 sauber search and progress kowalski us stützpunkt insel unleserlich die info hätten wir jetzt nicht wenn ich es nicht riskiert hätte wir müssen hier raus jetzt dann schwimmen 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 das ist ein grauer riff hei kein interesse an uns komm schon was machst du warum das gezappelt ich weiß nicht wie ich wollte dich was fragen aber jetzt ist es gerade schlecht was ist denn mit ihr los nichts nichts nur der gedanke an einen grausamen und sinnlosen tod hat mich doch etwas mitgenommen ist doch jetzt egal was sonst wieder auch du bist ja schlimmer dran als das flugzeug das da gerade über uns zusammengefallen ist etwas mitleid okay komm schon wir müssen jetzt echt nach oben ich steuere dennoch nicht ich steuere was julia sagt ja du hast aber eben eine von alex gesagt oder nicht nee nee klar ich steuere dadurch auch seine reaktion aber reaktion auf etwas was ich mache der muss bestimmt mitgenommen warte julia wie ist die dekompression die dekompression hättest du dir nicht gemacht wärst du wahrscheinlich mit dem herzen fach oder so das ist der folter noch ein paar sekunden ok jetzt los los aber sie sind auch da alles cool man alles wieder am lot aber irgendwas ist passiert die haben da gegrillt oder keine ahnung was für die scheiße das war nicht nur ein unfall mit dem griff ach soo hättest du jetzt da hochgeschwommen vor panik weil wahrscheinlich irgendwas schlimmes passiert ja das war nicht nur keine fischer die waren echt sauer also hat konrad mit geladung was ihr gefunden habt ja das flugzeug es ist riesig voll mit coolem zeug leider konnten wir es nicht ganz unversiert wieder verlassen was wieso wegen der tauchleine wie schlimm also erstens das cockpit ist weg für eine scheiße und das war nur erstens sie lernen wohl diese unerschütterlichen abenteurer kennen alex und sein kleiner bruder brad wolle mit den großen fischen schwimmen und beide haben angst vor der tiefe und julia die große liebe von alex und sie fühlt ebenso was ist mit konrad ein draufgänger könnte man sagen oder vielleicht eher arrogant und dann ist da captain fliss stark direkt und stur sie scheint mir irgendwie immun gegen konrids schar nun zumindest bisher nur ich versichere ihnen sie helfen ihnen entscheidungen zu treffen die sie später schätzen jaja gute arbeit danke guck doch nicht so wenn es so zeigt mir lieber dein booty wie findest du alien als spiel stink langweilig leider wie gut war das flugzeug erhalten erwartungsgemäß das war wahnsinn das war wie eine zeitreise kein witz ja es war wie eine zeitreise bei der man aus versehen in einer vergangenheit landet in der alles unter wasser liegt und voller muscheln ist und haie ich war ganz schön nervös nun wollte konrad nicht erst fliss helfen und dann mehr bier holen vielleicht hat er gedacht hey ich trinke mal eins und wurde betrunken und er hat uns vergessen und weiter getrunken und weiter getrunken und dann war alles weg klingt als hättest du erfahrung mit dieser art phänomen makulon Alex du bist wie ein offenes buch mit schriftgröße 50 ich kann schon aus der ferne sehen das was ist nichts ist alles gut Blödsinn du bist mister melancholisch höchstpersönlich Julia bist du glücklich ja klar natürlich warum fragst du das ich schätze ich habe nur ein wenig angst um unsere zukunft weißt du was jetzt ich denke vor uns liegt eine glückliche gemeinsame zukunft wirklich ja weißt du du bist ziemlich das beste was mir je passiert ist ich liebe dich Alex ja weißt du wo die anderen sind ich gehe sie holen chill doch so lange Beziehung aktualisiert was sollte diese frage ich möchte mich offiziell für meinen Bruder entschuldigen der hier geiler Teenager spielt ist okay ich komme mit Kindern klar Conrad Bier wo ist das ach ja das Bier wollte ich gerade holen irgendwas magisches okay wo wir schon alle hier sind sehen wir uns doch den Navigator Block an vielleicht finden wir raus warum das Flugzeug da war wo ist er denn in deinem Koffer okay ich hole ihn hey alles okay du wirkst abgelenkt nee alles gut sorry war wohl etwas ab so was soll ich denn tun hey 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 Ich bin dabei. Kannst kaum erwarten, mir die Kiste anzusehen. Äh, ich such dann jetzt mal Julia. Was? Hey, Zeit für eine Grillparty. Hast du den Block? Sorry, ich war abgelenkt. Na los, holen wir ihn. Oh, wir wurden so abgelenkt. Verstehe. Hab ihn. Gehen wir hoch. Komm her, mein Feger. Vögeln. Schön langsam. Wir müssen zurück. Vögeln. Genau, hier. Warum eigentlich so viel Bier? Ich dachte, er wolle tauchen. Manchurei-Gold. Wer hat Lust, ein paar Schätze zu heben? Also, Käpt'n? Koordinaten? Ja, das sind Koordinaten. Vielleicht das Ziel des Flugzeugs? Glaubst du, wir kommen bis morgen dahin? Dauert ein paar Stunden, wenn das Wetter so bleibt. Wow. Habt ihr noch mehr? Da war ein Flugplan, der es anscheinend als Rettungsflugzeug ausgab. Ja, macht Sinn. Nach dem Krieg machte man aus Langstreckenbommern Rettungsflieger. Und dieses Flugzeug wurde abgeschossen. Das war übersät mit Einschusslöchern. Da war ein Steckschuss im Flugzeug rumpf. Und es war voller Rettungsflöße. Wurde wohl abgeschossen, bevor sie die abwerfen konnten. Hat nur eins gefehlt. Leichtsinnig. Alle zusammen. Wie bitte? Ich habe euch gesagt, ihr sollt alles da unten lassen. Ach, komm schon. Das haben wir doch schon durch. Mir geht's nicht ums Gesetz. Nein, hey. Sie waren respektvoll. Nein, ihr habt getan, was ihr wolltet. Was ihr auch habt. Ihr habt zu viel. Hast recht. Wir waren unvorsichtig. So bin ich nicht. Sorry. Okay. Vielleicht. Ich kenn dich nicht. Ihr hättet überhaupt nie zu diesem Flugzeug runtergehen sollen. Das bringt Pech. Ihr meint, ihr könnt da unten alles ohne Folgen plündern, aber jedes einzelne Teil, das ihr mitbringt, hat eine Seele. Es ist wie ein Geist, den ihr nach oben einladet. Und wieder. Ja. So habe ich nie darüber nachgedacht. Du denkst nie über irgendwas groß nach. Na, hab auch noch nie so coole Geistergeschichten gehört. Das sind keine coolen Geistergeschichten. Das ist kein Spaß. Leute sind ertrunken und ihr müsst ihre letzte Ruhe respektieren. Genau. Ich bin voll auf ihrer Seite. Kennst du eine große Frage? Ja, schon. Aber weißt du, keine wie flissend. Ich bin eigentlich null auf ihrer Seite. Erzähl uns was. War klar. Große Geschichte. Aus damit. Dein Seemannsgarn ist bestimmt gut. Die ist aber echt krank irgendwie. Mach uns Angst, Brüderchen. Okay. Los geht's. Eine wahre Geschichte, die genau hier passiert ist. In einem alten Leuchtturm. Klassisches Szenario. Warte. Sie soll wahr sein? Wo hast du sie her? Ach nun. Bei den Docks habe ich einen steinalten Mann getroffen. Haut wie Leder, Augenklappe, Holzbein, die ganze Palette. Für einen Dollar erzählte er mir alles. Klingt cool. Der Leuchtturm stand auf einem Atoll. Isoliert vom Rest der Welt. Ein einsames Licht in der Nacht. Zuflucht der Matrosen. Der Leuchtturmwärter hörte die Wellen aufs Ufer schlagend. Eines nebenlegen Morgens trifft er eine Frau. Sie ist voller Blut und stolpert den Strand entlang. Er eilt ihr zu Hilfe und sie fällt schlurzend in seine Arme. Während er sie eilig zum Leuchtturm bringt, fragt er sie, wo sie herkommt. Er verschwendet keine Zeit. Lässig. Psst. Die Frau sagt, ich wohne hier, im Leuchtturm. Meine Eltern sind gerade oben. Bindung. Natürlich sagt der Leuchtturmwärter, das kann nicht sein. Er lebt seit Jahren allein. Und die Frau wird hysterisch und schwört, ihre Eltern seien oben. Also, gehen sie nach oben und da, verteilt auf dem Boden, liegen ein Mann und eine Frau, brutal ermordet mit einer Axt. Immer eine Axt? Ich meine, wer benutzt denn heute noch Äxte? Ich erzähl nur die Fakten. Ungeschönt. Zerhackt in winzig kleine Stückchen. Mit einer Axt. Okay, also, wer war's? Die Frau sagt, das war mein Mann und wendet sich dem Schrank zu und sagt, er ist da drin. Ah, ja, der Ehemann. Und deshalb traue ich der Ehe auch keinen Zentimeter. Der Leuchtturmwärter kriecht rüber zum Schrank, öffnet die Tür und da ist ein Mann im Schrank. Aber seine Kehle ist durchgeschnitten. Voller Entsetzen geht er hin und betrachtet das Gesicht des Toten. Näher. Näher. Und er sieht sein eigenes Gesicht. Das war keine Superwendung, das war voll vorhersehbar. Ja. Hm. Nachtmagie. Gute Nacht. Okay. Ihr hattet alle euren Spaß. Wir sollten schlafen gehen. Nein, das Wetter wird schlechter. Nein, 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 nein. Denn gemäß den Standardschiffsregeln müssen wir noch ein Bier trinken, bevor es in die Heuer geht. Was für Regeln sind das denn? Das sind die Standardregeln des Institutionsprotokolls. Entschuldigung. Unter Division 1099. Aha. Wo hast du das gelesen? Im Internet. Oh, also sagt dir eine Website, dass du unter allen Umständen Bier trinken musst? Ich befolge nur Befehle, man. Mir gefällt diese Website. Roger, mein Freund. Ich bin raus. Die hier sind einfach nur Homs. Soll ich mich finde ich sie nicht. Margot ist wieder dran. Ja. Ähm. Wow. Sollten wir bitte, es wurde gespeichert. Das wäre schön. Das wäre schön. Ja. Wir starten mal nochmal. Margot, warum hast du das Spiel kaputt gemacht? Wir haben doch jetzt echt nichts Unvorhersehbares getan. Nein, ich finde es halt manchmal seltsam, dass wir offenbar beim Installieren Fehler auftreten können, wo ich mich frage, wie? Tja. Ich hoffe, es hat schon, wie gesagt, einfach gespeichert. Margot ist wieder dran. Das Spiel so nicht. Ich finde es komisch, dass ich es nun komplett normal finde, dass Marco da als Frau sitzt. Als wunderschöne Blume. So nicht. Ich mag das Symbol übrigens von denen. Diesen toten Schädel mit dem Kompass darin. Ich bin nicht allein. Film abends. Und irgendwie müsstest du dann laden können. Fortsetzen. Bis Bier hin und nicht weiter. Ladezeiten-Überbrückung-Song. Margot, du bist dran. Das hatten wir nicht. Nein, oh Gott. Schiff. Was? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Weil sie irgendwie mehr Autorität ausstrahlt, mehr Ahnung zu haben scheint. Das bringt doch nichts. Das ist meine Schuld. Tut mir leid. Okay? Tut mir leid. Verdammt! Aufhören! Ah! Bläh! Nein! Ich bin fast frei. Ich bin fast frei. Oh verdammt, Conrad! Das sind doch gute Neuigkeiten? Großartig. Ich hab sie erkannt. Wieso ist das gut? Ich dachte, du fragst erst nach guten Neuigkeiten! Du bist so ein Idiot! Himmel! Hey! je mehr leute los sind umso mehr können helfen falls es einen kampf gibt die man weiß dass ihr hier seid meine ledig ihr seid ihr ganz allein machen wir das beste draus du kannst mich mal kreuzweise du stück scheiße du hast sie gehört was folgt ihr wixer denn langsam ruhig wir beenden das später zeig dich von deiner besten seite kleiner okay okay julia sie kommen zurück gute nacht ruhe nacht ruhe jetzt gibst du doch weg dass deine hände frei sind nacht ruhe du bist mein bruder stimmt der bruder der ist verschwunden aktuell was hast du vor versteck deine hände wenn wir julia haben können wir sie vielleicht überraschen wer ist dieser gentleman mit dem hut gut das habe ich mir auch gesehen oder ja alles gut sie haben nichts gemacht sie haben nach unseren eltern gefragt Ach, wahrscheinlich wird das so eine Geiselnahme. Der Mann sah aber nicht aus wie ein Pirat. Der da stand. Knack Arsch! Nein, ich meine, dass Piraten wahrscheinlich nicht im Anzug mit Melone unterwegs sind. Koni. Konzentrier dich und geh zum Boot. Gut, dann los jetzt! Fehlt dir nur noch der Regenschirm. Da könnte ein Schirm schon Melone mitspielen. Eins, zwei, drei. Ich bin so dumm. Konrad, geh auf das Boot! Ich hätte warten müssen. Bis es donnert. Joa hat ihn nicht gesehen, okay. Hier. Aber da stand ein Kerl mit Anzug und Melone. Ich würde schon mal schlagen. Ja. Du kannst mich mal. Kann ich jetzt? Was? fliehen Nicht der Naruto, der den linken Hintergrund lockt! Ganz oft! Wir kriegen ihn nie mit dem alten Kampf! Wow! Schlaf, Co! Was wäre passiert, wenn ich es nicht getroffen hätte? Du hast nicht getroffen! Ich habe nicht! Du warst zu langsam! Fuck! Es wirkte halt echt so, als hätte ich rechtzeitig! Nein! Da haben wir zu rot angezeigt! Oh! Da drüben! Du! Genau! Hier! Setzen! Jetzt! Arrêtez, bon de con! C'est mon bateau! Stop! Ferme la! Ich te mets mon point dans la queue! Das ist Markus schon! Menno! Der hat heute schon so zwei Menschen auf dem Gewissen! Mit ihm sind es drei! Oh son! Komm her! Das hat Char schon weg! Ja, das war doch so gedacht! Also der wollte ja fliehen! Ja, aber nicht sterben! Ja, aber er ist jetzt auf jeden Fall von dem Boot runter! Das ist ein Teilerfolg! Mhm! Er ist nicht auf dem Boot gestorben! Oh! Jetzt sterben mein Charakter! Es male! Ich habe das andere! Man muss auch das positive Mal sehen! Ein Teilerfolg! Wie gesagt, mein erstes Mal! Ich werde so verkacken! Dann würden sie nicht auf dem Boot sterben, Nomad! Das wäre ein Teilerfolg! Ich glaub, das kann ich nicht mehr retten. Okay, jetzt haltet die Fresse! Mach mal halblang mit dem Gangster-Getue. Ups, auf ihn wollte ich nicht. Ich wollte es eigentlich zu meinem Kollegen sagen, halt die Fresse, und nicht zu ihm. Fliss muss damit zu tun haben. Sie und diese Typen stecken doch unter einer Decke. Sie ist der Käpt'n und sie rühren sie kaum an. Sie hat ihnen vom Manchur Rai-Gold erzählt. Sie hängt da mit drin. Wow. Hast du den Verstand verloren? Wie kommst du auf diese Scheiße? Wie kannst du es wagen, du überprivilegierter Arsch? Ihr macht gemeinsame Sache. Du hast uns in die Falle gelockt. Hey, Arschloch! Halt die Klappe! Sitzen bleiben, alle! Du, komm jetzt mit. Oh-oh. Wir schaffen sich mal auf die Medanen. Weil wir so vorher alle sterben. Hey, äh, können Sie uns neue Infos über den Sturm geben? Ist ein bisschen heikel hier. Over! Großer Sturm kommt da von Osten. Trifft Sie wohl ziemlich hart, sollte aber in einer Stunde bei Ihnen durch sein. Sie klingen gestresst, Duke. Brauchen Sie eventuell Hilfe? Sonst kriegen Sie bei Sturm keine Panik. Ja, äh, okay. Alles okay hier. Ein paar Möhne und ein paar Tropfen Regen machen uns nichts. Danke für die Info. Wir sehen uns auf einem Drink an der Küste in ein paar Tagen. Nein! Nein! Fett los, wenn du möchtest! Halt! Okay, ja, einfach weg damit. Äh, neul. Hey! Bewegung! Jetzt! Danke, schätze ich! Was ist denn mit Brad? Versteckt er sich irgendwo? Ich weiß nicht, wo er ist. Wir können ihn nicht da unten lassen. Er ertrinkt. Wir müssen ihn da rausholen. Ist zu gefährlich. Brad, Kumpel, komm raus! Los! Wir müssen ihn da raus. Ich glaub das ist die Methan. Dann wär's ja doch noch aufs Schiffen schafft. Das ist der Mann von Methan. Markus Gesichter aushocken. Denkst du, du hättest die Sequenz lebendig bekommen? Ich hab keine Ahnung. Ich mein, die Quicktime war schon sehr schnell. Dafür, dass das sofort tot ist. Gutherzig, wie ich nun einmal bin, möchte ich Sie auf das vorbereiten, was Ihnen bevorsteht. Gespannt? Mein Gott, ist die heutige Mainstreamerin. Genau. Okay, dann suchen wir doch beim Warten nach Inspiration. Der Kaufmann von Venedig, Akt 2, Szene 7. Der Prinz von Marokko holt eine Schriftrolle aus dem Auge eines Schädels und liest Alles ist nicht Gold, was gleist, wie man oft euch unterweist. Jedenfalls haben Sie nun einen Punkt höchster Verzweiflung erreicht und möchten unbedingt zu ihrer Geschichte zurückkehren. Aber eines noch. Es ist vielleicht nicht alles, wie es scheint. Scheinko. Ja, meine Sache ist halt, ich glaub gar nicht, dass die Leute da auf dem Schiff böse sind. Hm. Marco, das ist der Schnitter und ich bin reichlich herzlich, wow. Was ist denn der Schnitter? Was soll das heißen? Nun, du hast einen Sensenmann. Och, Menno. Der Killer. Nun. Oh nein. Wow. Als hätte ich jetzt versucht, mich zu killen. Dabei habe ich eine Quicktime, die nur eine Sekunde auf dem Bild war, verpasst. Ein einziger Fehler im gesamten Spiel. Marco, die Killerin. Jetzt wisst ihr, wer von uns die Hexe ist. Ah, nicht kitzeln. Sonst fallen meine Brüste noch raus. Sollen wir kurz Pause machen? Ich müsste mal aufs Kürchen. Pause wäre wirklich schön. Also, wir machen mal fünf Minuten Pause. Wie lange wollen wir denn streamen, so ungefähr? Noch habe ich Bock. Alles klar. Also, wir machen kurz Pause und streamen dann. Ich sag mal, mindestens eine Stunde noch. Hm. Zum Schluss. Tschüss. Lausge Amen. 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 So, die zwei Damen sind wieder da. Die Schnitterin und die reichlich herzliche. Ich bin die Schnitterin. Nun, ich war glaub ich noch dran, oder? Wird jetzt sowieso ein anderer Charakter sein, also mach einfach mal. Ich bin immer noch dran, okay. Okay. Die Damen auf Medan. La Porte! La Porte! Vief! La Porte! Pardon. Ich bin so mega angespannt die ganze Zeit. Labko verstanden. Labko verstanden. Labko verstanden. Labko verstanden. Shinchan, hallo. Danke schön. Dir auch Happy Halloween. Was haben die Floor? Los! Ich hoffe, jetzt wird es spooky und nicht mehr so. Kittenwimmer mäßig. Danke schön, Shinchan. Danke schön, Shinchan. Rose, beweg dich! Ah, 16 Uhr morgen. Okay, ich steuere jetzt. Ich wollte nur lesen. Menno. Das Ding ist eine schwimmende Todesfalle. Ich lese! Das ist eine Bibliothek. Meli hat den Stand dann noch. Yay! Yay! Los! Los! Nein! Mein Arm, Ralf! Wo soll ich denn hin? Hm. Ah, okay. Ah, okay. Da lang? Okay. Mask of madness. No showing. No showing. Was ist los? Wir fragen nur, wovon wir heute Nacht träumen. Ich will auch wissen, wovon ich träume. Du träumst von, die Imker trinken katholische Getränke aus einem Trinkgesäß, perverses Volk. Ich träume von, das war sehr schlü. Ding umzubringen meinst du? Ja, wahrscheinlich. Ah, Merz! Was war das? Merz! Oh, scheiße! Merz! Merz! Mäuschen! 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 14er Armee-Division. Sie übernehmen morgen Pattersons Wachdienst. Der ist schon wieder krank. Es ist doch komischerweise immer, wenn der Dienst im Frachtraum 3a hat. Den hatten wir vorhin schon, da wo jemand seltsamerweise immer in 3a war. Ja, genau. David Davis, so wie der hieß. Andritt und 2400, sie hat Dienstplan. Nie, wir lieben fort. Also, Frachtraum 3a ist eher nicht so geil. Und dann, hier brauche ich sie. Okay, ihr alle, in den Raum. Hey, es ist dunkel hier drin. Wir brauchen Licht. Dann, wir brauchen Photoshop und viel vom Prinzip. Wir brauchen sportliche Monate. Danke! Das ist doch Papa dass… Guck mal so verhalten sich doch keine Piraten! Amen. hyens. Amen! Gute Nacht, Madmono! Good night! Gott! Wo zur Hölle sind wir denn hier? Keine Ahnung. Ich will kurz unsere Beziehung eigentlich mal checken. Julia, ja alles so mittelleer, ne? Selbstlos, mutig, entspannt, motiviert. Hätte Marco Conrad nicht dazu gebracht mit Gold rumzuwerfen? Das habe ich nicht getan. Doch, du hast die falsche Antwort gegeben. Davor wurde was gefragt, da hast du dich für die falsche Antwort entschieden. Jenny, das stimmt nicht. Dein Charakter hat was geantwortet und Conrad hat in der Cutscene Gold gerufen. Du hast eine Antwort gegeben. Nein. Deine Entschuldigung ist akzeptiert. Ich habe es auf Video. Cool. Ich habe vorher keine Antwort gegeben. Die Anfluss, die du... Ja, aber die habe nicht ich ausgewählt. Das war die Kapitänin, die denen etwas gesagt hat. Conrad war zu dem Zeitpunkt nicht der spielbare Charakter. Punkt. Ich kann mich an eine Szene erinnern, wo du dich falsch entschieden hast. Und das deswegen so gekommen ist. Nicht Conrad war der spielbare Charakter, sondern sie. Sie hat die Antwort gegeben, Conrad hat mit Gold geworfen. Geld. Neskio, Hallöchen. Hallöchen. Hey. Hier. Guck doch mal. Komm schon. Huck. Ich will allee explorieren, das hat die Maschinen. Lenny, du fuhl die Suche. Die Suche? Du bist echt? Du hast gesehen? Es ist in Ruinen, Nolson. Und ich habe keine Anfänger, um zu erreichen. Was ist denn? Was ist denn? Und das ist alles. Ich werde mich verletzen. Was? Was hast du gesagt? Nichts. Ich bin zufrieden. Stopp. Die roten Haare stehen dir, Marco. Danke schön. Und? Es funktioniert nicht. Es ist... Und? Schip? Ein Schissmaskottchen, das umliegt. Yeah! Aber irgendwas wurde da weggekratzt, hast du das gesehen? Mhm. Etwas nach den 2S. Frau Daniel George Rivera... Mhm.. Hallo meine Süße. Ich vermisse dich so sehr. Noch 3 Monate bis zu meinem nächsten Urlaub. Und dann schließe ich dich in meine Arme. 3 Monate. ich hatte mit dem anderen jungs land gegangen wir haben ein paar bier getrunken aber keine sorge ich bewahre mehr alles für dich auf wenn du verstehst was ich meine ist die arbeit ich hoffe dein chef lässt dich in ruhe ich weiß du kannst auf dich aufpassen aber ich fühle mich hilflos weil ich so weit weg bin und ich nicht beschützen kann gute nacht xavina nach dir das ist sehr seltsam ja sehr modern und das ist halt nichts verschimmelt oder so daran werners brille jetzt ab jetzt in jedem spiel so als nutzloses item einfach drin seltsam sehr sehr seltsam sagt er nicht noch was hat er nicht noch was gerade geglänzt der stuhl halt einfach nur äh machst du was mit dem stuhl oder ich kann ne oder ist das bild da und warum haben sie das schiff verlassen american overseas bandenmord archäologen im irak vermisst 24 britische archäologen sind im zagroß gebirge im irak verschwanden die hodgson expedition darauf letzten september in dem königreich ein und war nach einigen angaben den relikten und blablabla warte 47 das heißt sie haben die relikte vielleicht ins schiff geladen was denkst du ich gehe nicht auf gute nacht max meli ich wünsche das wäre so einfach dann würde ich das tun ich glaube es ist nichts schnelleres möglich das ist zu laut leute klar starker mann zeigt uns wir brauchen eine ablenkung das wird richtig laut vielleicht sollten wir die tür verbarrikadieren das wird auch nicht gut gehen funktioniert nicht oder was wie schwer soll dieser tisch sein so ein tisch kann schon scheiße schwer sein guck mal woraus der ist der ist nicht aus holz jetzt so plot twist die tür geht nach außen auf gut wir haben ja jetzt gleich viele charaktere ich habe jetzt fern ist hergestellt war das nicht selbstlos von mir eine gesunde mannschaft regeln zum extra wachdienst aufgrund der spezial sicherheitsvorgang für diese mission müssen diese zusatz abläufe von datendalen im wachdienst beflockt werden doppelte wachposten an türen und rund gehen keine gespräche keine ablenkung keine zigaretten kein alkohol keine spiele wachen die diese regel missachten müssen mit strengster bestrafung rechnen warum so diese extra bewachen hm niemand betritt 3a ganz ernsthaft niemand und ok 3a scheint echt gefährlich zu sein und das mich gerade mal ins spiel hinbringt hmhm niemand darf sie betreten niemand wie die anderen aber auch wegrennen irgendwie während der sich vielleicht jemand rumsehen will vielleicht hat das alle von ihr vertrieben deine chance deine chance was für eine chance chance in 070 die haben die kleidung verbrannt oder leichen die 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 verbrannt hätten dann wäre keine kleidung übrig geblieben sah halt aus wie so ein ofen irgendwie aber ist nicht eine waschmaschine naheliegend aber was soll ich dann in dieser waschmaschine so spezielles finden dass da ein stück kleidung drin liegt warum schmeißt man da ein stück kleidung rein wenn der ganze rest nicht mehr da weißt du was ich meine hm ich kann ja auch nichts anderes anschauen und das ist eine stück kleidung ah das gefühl wenn es unter der perücke juckt mal gucken muss ich dran gewöhnen was nein es ist halt ein waschraum klar ist waschmaschine naheliegend aber wieso dieses eine stück kleidung außer es wandelt dort noch ein einzelner man of medan auf diesem boot herum du hast jetzt wahrscheinlich eh wieder recht und es wandelt ein einziger man of medan auf dem boot rum komisch aber dass marco noch nicht an seinen haaren rum gespielt hat ja es ist irgendwie schon cool mal haare zu haben an denen man rumspielen kann und brüste aber vor allem haare bin ich ja gar nicht mehr gewohnt korgi holt yay out of rounds bounce bei uns was heißt das äh zutritt verboten wieso ist der zweite denn auch schon verboten hm was soll ich das jetzt mal erschrecken für süß spielen Toiletten. Klar, Toiletten. Es sind immer die Toiletten. Da sind keine Socken drin, Melly. Sag das doch nicht. Offiziell sind da Socken drin. Ich dachte, Toilettenpapier. Liebe Eihels, ich komme endlich nach Hause. Noch einmal über den Pazifik und ich bin wieder bei euch. Ich kann es kaum erwarten, sagt Ned und Nancy. Sie können sich schon auf die Geschenke freuen, die Daddy für euch alle hat. Ich bin froh, wieder auf See zu sein. An Land ist es hier heißer als in Oklahoma im Sommer, aber deine Briefe haben mir geholfen, alles durchzustehen. Wir werden zensiert, aber das ist vermutlich gar nicht so schlecht, weil die anderen sie manchmal klauen und lesen. Und ich möchte nicht, dass sie unsere Briefe lesen. Ich weiß, bla 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 bla. Was ist denn sonst da drin? Toilettenpapier. Ich kann die auch nicht öffnen, ne? Der Bann oder der Jumsker irgendwie jetzt gerade. Der Jumsker. Nein, nein. Es sind, äh, ich hab... Ich hab... Sag's doch nicht. Okay. Es ist Toilettenpapier. So. Das ist Ruhrrohre. Was denn? Das will ich lieber gar nicht wissen. Ich will hier was gucken. Wir müssen weiter. Nein, nein, ich verkrafte das alles nicht mehr. Nein, 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 das nicht. Ich schaff das nicht. Nein. Beruhige dich doch. Gehen wir. Na komm. Okay, ich geb's zu. Also, Socken hätte ich zu viele gebraucht einfach. Und deshalb hab ich, äh, hab ich das Bernsteinzimmer hier drin versteckt. Was ist denn hier? Der Maschinenraum. Und? Können wir hiervon noch was nutzen? Nein. Das ist nur ein altes Stück Schrott. Die Duke hat einen neueren Motor. Wir brauchen nur die Kappe zurück. Nein, das ist, es ist nichts Essbares. Keine Sorge. Okay. Ich kann damit nichts anfangen. Damit kann ich nichts anfangen. Auch gedreht. Ja, ja, ich hatte nichts drauf gesehen. Ich verkneife mir einen Joke. Du wolltest gerade fragen, ob es was ist, was ich gekocht hab. Nein, wahrscheinlich, was ich gekocht hab. Warum du? Weil bei mir alles ankurkelt. Das sind eine Menge Leute, die man seltsamerweise nirgends findet. Ich frag mich, wo die alle sind. Vielleicht sind alle in einem Frachtraum wegen einer Überraschung. Rappenkopf. Oh. Ähm. Ich hab mich nicht erschrocken. Ich bin nicht nochmal. Nicht nochmal. Leg das Ding zurück. Ich hab mich erschrocken, wie Sau. Habe ich gar nicht gehört, Menno. Ich schreie auch nicht. Ich knallfe nur die Augen zusammen. Was bei so... Quicktime-Events nicht immer mehr kass. Was ist das? Nun. Ich hab die Augen gehoffen und sie sterben trotzdem wie die Fliegen. Unsere Charaktere alle tot. Ja, wahrscheinlich. Kowalski-Analysis. Leute, wir müssen rausfinden, aus was Makros Brüste besteht. Der Käpt'n hat den Alkohol für die ganze verdammte Reise verboten. Es gibt kaum etwas, was einen so sehr die Stille auf diesem Chauffeur anlässt, wie kein Alkohol. Die beiden Blödmänner Wilson-Analysisen haben sich direkt nach dem Ablegen in die Wolle gekriegt. Aber der alte Ferris hat das Ganze schnell beendet. Und seitdem ist es hier so ruhig wie in einem Gotteshaus. Ich hab mit dem Kerl gequatscht, der beim Einladen der Fracht geholfen hat. Und er hat mir erzählt, dass das, was er eingeladen hat, Särge waren. Vielleicht nichts Ungewöhnliches, aber er meinte, das war so ein Kerl. Und er hatte ganz genau aufgepasst, wie die Särge in einen der Frachträume gebracht wurden. Extrem genau. So eine Behandlung bekommt nicht jedes normale Frontschwein. Also hab ich überlegt, wer wohl in den Kisten steckt. Freitag, der 13. Peres war um, dass eines der Jungs hätte ausgekläutem Probiant irgendeinen Fusel zusammengebraut. Wir treffen uns nachher im Frachtraum, um ihn zu probieren. Der Alkohol war ein Reinfall. Peres meinte, dass nach 4000 er hatte sich beschwippsgefühl. Aber ich finde, er hat nur Blödsinn verzapft. Das war alles aber kein Sprit. Samstag, der 14. Ich hab gehört, einer der Jungs hat sich da reingeschlichen, wo die Kisten stehen. Werde mal mit ihm reden und herausfinden, was er gesehen hat. Vielleicht sagt er mir sogar, wie ich reinkomme. Der Plan steht in meine Kärme, nicht reingeschmuggeln. Wir sehen uns immer heute Nacht. Weißt du, an was mich das erinnert? Es gab doch mal, ich weiß nicht, ob sie heute in Ägypten waren, bei Ausgrabungen, die dann wahnsinnig wurden, weil irgendwelche Gase sich in diesen Särgen gebildet haben. Ja, klar, Gase, alle möglichen Arten von Krankheiten. Generell, wenn man alte Gräber öffnet, lass einfach alte Gräber zu. Es ist 2020, riskier's nicht. Könnte Dämon rauskommen, der die Welt unterjocht. Nee, danke. Könnte Corona rauskommen. Könnte Set rauskommen. Heuschrecken klagen, der ganze Unfug, lass lieber sein. Locke ich ein, was? Dämon lockt Meli ein. Ich wäre halt einfach dafür, dass Marco gleich mal wieder spiel. Bei Charakterwechsel. Sonst bist du sauer, wenn ich deine Charaktere töte. Ähm. Okay. Zeig mir das nochmal. R1. Wer haut ihn dagegen? Ist das der mit dem Auge? Ja, ja. Aber der sieht wahnsinnig irgendwie aus, ne? Ja. Der sieht nicht so aus wie vorher. Ja, das stimmt. Der kommt von hinten und haut ihn. Und wer steht bei denen? Ist deine, Julia und diese Kassen? Warum? Warum? Wie? Wie viele Bilder wir übrigens schon übersehen haben müssen. Okay, joh. Ähm. Wie müssen wir denn hin? Ist das der richtige Weg? Oder kommen wir von da? Da fragst du leider den Falschen. Hey. Ich glaube, da unten bewegt sich was. Ja. Wait, Moment. Da ist irgendjemand. Shh. Sei jetzt leise. Da war... In der Vorahnung war dieser... Carol L. Carson oder sonst was, der angeschossen wurde. Ja. Konrad. Vielleicht wäre der nun dabei gewesen, wenn er halt überlebt hätte. Nicht geflohen wäre. Nicht versucht hätte. Das ist er, der Kerl, den wir gesehen haben. Ich glaube, ja. Ich werde sie mir holen. Und wie hast du vor, wieder hochzukommen? Oh mein Gott, jetzt warte mal. Was ist denn los mit dir, Brad? Heiliger Mist. Oh mein Gott. Das Infektionsrisiko, wenn man da barfuß rumläuft auf so einem Schiff mit Rost. Was ist denn los mit Rost? Komm herCE. Nein. Wo sind die anderen? Nein, 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 nein. Ich werde sie alle töten! Das ist nicht gut. Bitte übernehmen du. Das war doch der Tipp für die Halloween-Feier. Abstand halten! Mhm. Scheiße. Ich werde ihn töten. Ich werde sie alle töten! Ganz ehrlich, davor habe ich am meisten mehr Angst als vor allem anderen. Ich werde sie alle töten einfach nur. Was geht denn hier vor? Dinge! Was geht denn hier, Yor? Wieso darf ich jetzt gerade wieder eine Stunde spielen? Marco gar nicht. Ich muss aber auch zugeben, dass ich nach der Sequenz für heute aufhören würde. Nach der Sequenz? Ja. Ich will dich noch ein bisschen spielen sehen. Aber ich bin zu müde. Mir fallen die Augen zu. Nein. Wir waren doch nicht in der Küche. Was bildest du dir ein? Nein, nein. Nimm es mit. Mitko! Hey, Vorsicht damit! Wir sollten jetzt keinen Blödsinn machen. Margot ist keine Dame der Nacht. Man weiß ja nie. Vielleicht brauchen wir es. Spielen wir es morgen weiter. Hättest du Bock? Ja. Ja. Spielen wir morgen weiter. Ja, kann ich sie morgen anrufen bringen. Ich habe ja von morgen noch nichts angekündigt. Insofern passt das ja. Hey! Hier steht heute gibt es Rinder-Ragout. Mh, lecker! Es sieht so aus, als wären wir an diesem Tag alles zum Stehen gekommen. Das ganze Schiff ist eingefroren. Was? Dann schlafen werde ich heute aber definitiv nicht können. Scheiße! Oh Gott! Alex? Was ist denn? Aber wie kann da frisches Fleisch drin liegen? Gar nichts. Das willst du nicht wissen. Was soll das heißen? Es ist nicht frisch, aber keine 60 Jahre alt. War das die Maria Doria oder was? Was hatten die für ein Festessen? Ich weiß nicht. Eigentlich bräuchte man für ein Frachtschiff auch nicht so eine große Küche. Ähm, ja, aber da waren voll viele Soldaten drauf. Ach so. Du hast doch gesehen im Anfang wie sich das da ist. Die Manria of Midoriya. Als ob du dich in der Küche auskennst. Du kannst dich ja in die Küche stellen. Sie soll also die nervige Zicke sein. Wie die eine in Until Dawn, die ich weiß ihren Namen nicht mehr. Emily. Emily. Ich kenn die Namen, für den war das die Lieblingsfigur. Für wen? Holly. Aber was? Wie ist das möglich? Der mochte es, dass sie irgendwas schon mit rein gebracht hat. Ach okay. Holly, ich fand dich mal voll cool. Autsch. Ups. Das ist erstmal so ein offener Brief. Ich finde es nicht gut, dass du Emily auf ein... Magst. Magst. Aber in einem neuen Absatz magst. Oh oh. Nein, mein Bruder wird in den Bauch gestochen. Das ist nicht gut. Nö. Von wem? Ach nee, mit dem Messer, das ich gerade mitgenommen habe. Scheiße. Ich hätte es nicht mitnehmen sollen. Und wenn ich es nicht mitgenommen hatte, hätte ich vielleicht jemand anderes mitgenommen. Was hat der Kerl an? Ich will wissen, was der Kerl an hat. In der komischen Jacke? Braune Lederjacke. Okay, trägst du so eine? Nein. Okay. Weil hätte ja auch sein können, dass das praktisch sowas ist, was passiert, wenn du... ...wenn eine Quicktime kommt und du nicht nichts tust. Voll gemein, dass das überhaupt... Hier stimmt was nicht. Was hat sie damit, dass wir da schon waren, übrigens? Die haben doch alle Flashbacks, oder? Die waren doch alle schon mal auf dem Schiff. Was? Was? Irgendetwas ist mitten uns hier drin. Hast du... Ich mein... Hast du nichts gehört? Was? Oder ist doch die Dämpfe, die irgendwie aus den Sergen rauskamen. Ich hab irgendwas gesehen. Hallöchen, Kernkraftzwerg. Hallöchen. Ratten. Wahrscheinlich nur Ratten. Mehr war's nicht. Jetzt lach mich bloß nicht aus! Das war nicht besorgt, wie ich's ausgewählt hab. Und vor allem jetzt lach mich bloß. Ja, wir wollten nicht lachen. Okay, hier waren wir schon. Wir sind hier ganz sicher. Wir laufen hier im Kreis. Was willst du jetzt tun? Umdrehen? Hier sind wir schon gewesen. Okay, nein. Da machen wir mich mit. Was? Hier sind wir schon gewesen? Volle Särbe und scheiß Kaffee. Na, ist das 3A? Nee. Recht mein Ding, weißt du? Hast recht. Es ist eklig und krass. Wir müssen ganz schnell hier raus. Okay, gut. Können wir dann die Fliege machen? Ich hab echt die sympathischsten Charaktere, ne? Was ist das? Du kannst sie noch sympathischer machen mit deinen Entscheidungen, ne? Ja. Oder sie schnell genug umbringen. Nein, ich will die nicht öffnen. Wir lassen die Särge zu, Leute. Okay. Niemand von uns wird irgendeinen Sarg öffnen. Niemand hat die Absicht, einen Sarg zu öffnen. Was ist los? Psst. Ich find die Kapitänin sympathisch. Ja. Eben sagst du es noch, du machst sie nicht. Ich weiß nicht, ob ich das zur Seite ziehen will. Mittlerweile schon. Okay. Ziehen wir das zur Seite? Warum fragst du mich? Oh Gott. Ich würde es zur Seite ziehen. Was ist? Ja. Ernsthaft? Willst du mich ausflippen sehen? Was? Können wir einfach hier weg? Wir haben alle Hallos. Wir haben Halluzinationen. Definitiv. Wahrscheinlich ist es wirklich mit irgendwelchen Dämpfen aus den Särgen. Ja, der hätte halt gelandet wegen... Das sind doch aber sehr geordert. Wegen dem Timing, gewisser Weise. Weil man sieht, diese Ratte denkt sich, okay, alles in Ordnung. Und... Aber wirklich unmittelbar danach. Bam. Das war gut. Ich weiß es nicht, warum da Ketten und Schlösser sind. Aber an dem einen sind keine Ketten und Schlösser. Auf jeden Fall mal... Wir lassen die Särge zu. Wir sind nicht Grabräuber oder Schänder oder sowas. Hey. Der hier hat einen Namen. Wen interessiert es, wer die sind und was die hier tun? Die sind rot und wir nicht. Und das soll auch so bleiben. Das wär schön, ja. Ich will die nochmal ansehen. Namensplakette. Kann man die hier sich ansehen? Da. Brian Carter. Was? Dann sind das aber nicht die, die sie an Land gezogen haben. Dann sind das Soldaten, die die da beerdigt haben. Ja. Steht doch US-Armee drunter. Ja, das ist exakt. Dann sind das nicht die, die sie an Land geholt haben. Nicht in 3a oder so sind. Gewesen sind. Sondern einfach welche, die sie an Land geholt haben. Von ihren Soldatenkumpeln halt. Ich hab Alex das auch gelesen. Vielleicht ist das die Abkürzung für Alexiliory. Alles klar. Ich hasse die Kameransicht manchmal so sehr. Wow. Was macht denn so ein Geräusch? Ähm. Welches? Alter ist die Grafik nice. Boah. Warum so blitzeblank? Ähm. Weil da Tote liegen. Aufgebahrt irgendwie. Zwei Makulines. Hallo Chaoten TV. Herzlich willkommen. Jede Medizin, die wir finden, wird alt sein. Aspirin. Aber altes. Aspirin. Ich hab ja viele Probleme, aber Kopfschmerzen nicht. Das ist besser keine Anspielung auf mich, mein Herr. Was soll das denn immer? Hm. Warum fühlt ihr sich gleich immer angegriffen, die blöde Junge? Ich hab keine Ahnung. Am Ende sind die auf jeden Fall nicht mehr zusammen, ob sie beide tot sind oder nicht. Wenn das so weitergeht. Mist! Was? Ey, die geift uns die ganze Zeit einfach nur ein. Wen bildet er sich da grad ein? Weil der sah vorher nicht so aus. Okay. Was ist das denn? Nein, lass das! Das ist doch eklig! Ich wollte ihn nicht anfassen. Wann muss man denn jetzt die ganze Zeit... Der atmet. Fick, der hat grad geatmet. Du hast das doch auch gesehen. Schatz! Nee. Hast du... Hallo? Wie viele Arme zeige ich? Ey, der hat grad geatmet! Acht, richtig. Ich wollte eigentlich noch durch die andere Tür gehen, aber dann ist es schon weitergegangen. Hallo, Herr Ma. Ist das Man of Methan? Methan. Das ist übrigens voll der gemeine Trick. Ihr haltet jemanden die Hand so vor das Gesicht und fragt, wie viele Arme zeige ich. Die meisten Leute antworten dann mit fünf. Und dann fragt er... Fünf Arme also? Ja. Tschür... Ich hatte Marco eigentlich auch nochmal dran. Das war mir auch noch dran. Boah! Oh, ich würde sagen wir machen für heute mal schon. Alles klar. Ja, ich bin wirklich, wirklich müde. Morgen geht es weiter, 16 Uhr, oder? Mhm. Okay, morgen um 16 Uhr geht es weiter mit Man of medan, wir spielen es morgen durch. sage ich mal. Ist ja nur so fünf Stunden. Und wir hoffen, euch hat dieser Halloween-Stream gefallen. Ich hatte der Gastauftritt von Margot gefallen. Und es freut mich, dass ihr hier wart. Jennyline hatte hoffentlich auch Spaß. Ich hoffe, euch haben auch die Gastauftritte von Tieny und Melly gefallen. Die Gastauftritte? Sie sind keine Geisterschatz. Ich fand es auch nice und danke, dass ich da sein durfte. Yay. Er sollte jetzt gespeichert haben. Ich gehe davon aus, dass er an diesen Stellen speichert. Allerdings, basically, müssen wir das Spiel auch gar nicht beenden. Die Gasauftritte, ich habe gefurzt. Okay, Melly. Man of Methan und so. Gute Nacht miteinander. Gute Nacht, Leute. Tschüssi. Gute Nacht. Gute Nacht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020